Jeder Tierbesitzer kennt es, stellt man den Futternapf hin, ist dieser in Sekunden leer gefressen. Antischlingnäpfe für Katze und Hund sind selbstverständlich. Und was ist mit Papageien? Was wie das Paradies aussieht, wird schnell zum Frust. Der Futternapf ist zu schnell leer, wodurch sich der Vogel langweilt. Häufig ergibt sich daraus die Verhaltensauffälligkeit, dass er sich die Federn ausreißt. Viele Spielsachen sind nicht oder nur schwer zu reinigen. Oder sie gehen zu schnell kaputt. Probieren Sie etwas Neues. Ich biete unter anderem waschbares Spielzeug an, schnell zu füllen. Für eine wirklich lange Beschäftigung. Und das Beste, mit jedem Kauf spenden Sie mit offizieller Bestätigung. Besuchen Sie meinen Etsy-Shop. Link in der Beschreibung. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.